Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Dann ist die 9er B verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Wohin immer der Feind vordringt, er soll nur noch eine Wüste vorfinden. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Und auf was ist los? Woher kommt die Schisserei? Dann soll die Armee kehrt machen! Haben Sie noch zwei Fälle in meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrutscht! Die Generalität ist der geschmeißenste deutsche Volkskrieg. Sie ist ohne Ehre! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Und schau doch an, da ist sehr verhackt, denn ich werde krank! Ja, vielleicht schon dort!